Ich begrüße Sie zu IsraelNetzTV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Als erster israelischer Verteidigungsminister hat Benny Gantz Bahrain besucht. Im Palast den Manama kam er mit König Hamad zusammen. Gantz würdigte dessen Unterstützung für das Bestreben, die bilateralen Beziehungen auszuweiden. Zudem traf er den Kronprinzen und Premierminister des Golfstaates, Salman. Mit Verteidigungsminister Al-Noahimi unterzeichnete Gantz eine Absichtserklärung. Darin geht es unter anderem um eine zukünftige Zusammenarbeit bei Geheimdiensten und Industrie. Der palästinensische Präsident Abbas hat vergangene Woche in Ramallah eine Delegation von Amnesty International empfangen. Angeführt wurde sie von Generalsekretärin Kalamar. Anlass für den Besuch war der Bericht über Israels Apartheid gegen Palästinenser, den die Menschenrechtsorganisation zuvor in Jerusalem vorgestellt hatte. Abbas bekundete seine Wertschätzung für die großartige Bemühung der Organisation, über mehrere Jahre hinweg nach der Wahrheit zu suchen. Der Bericht spricht von Apartheid im Westjordanland und dem Gazastreifen, aber auch in Israel. Die deutsche Bundesregierung und andere kritisierten den Bericht scharf. Eine 91-jährige Holocaust-Überlebende ist neun Monate nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen ihren Verletzungen erlegen. Naomi Perlmann starb am Sonntag in einem Pflegeheim in der Küstenstadt Aschkelon. Die Rakete hat am 11. Mai das Wohnhaus der Israelin getroffen. Ihre aus Indien stammende Altenpflegerin Sumya Santosh starb bei dem Angriff. Perlmann stammte aus Polen. Ihre Familie gelang die Flucht vor den Nazis über die Ukraine nach Usbekistan. 1950 wanderte sie nach Israel ein. Die israelischen Abgeordneten haben vergangene Woche eine Broschüre bekommen. Sie enthält den arabisch-hebräischen Grundwortschatz der Diplomatie. Die Initiative kam von Knesset-Generaldirektor Segal. Nun können jüdische Politiker Wörter wie Immunität, Gesetzgebung oder Abstimmung auf Arabisch nachschlagen und mit Aussprachehilfe lesen. Weiter enthält das Heftchen Redewendungen, die für die tägliche Arbeit relevant sind. Anfang Januar hatten zwei Politiker der Regierungspartei Ra'am im Plenum Reden auf Arabisch gehalten. Dies sorgte für Beschwerden jüdischer Abgeordneter. Israel ist mit sechs Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt Peking vertreten. Vier Israelis treten auf dem Eis ihre Wettkämpfe an. Drei Eiskunstläufer und ein Eisschnellläufer. Zwei Athleten nehmen an Wettbewerben im Alpinski teil. Die sportlichen Wettkämpfe enden am 20. Februar. Bislang hat kein israelischer Athlet eine Medaille bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Bcht strä perspective. Jerry trailers Drei Eiskunstläufer Drei Eiskunstläufer Drei Eiskunstöd Drei Eiskunst credit Drei Eiskunst gef